Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zum großen deutschen Volksmusikwettbewerb. Die dritte Fahrrunde heute aus Vilshofen an der Donau. Ja, unsere Startnummer 3 ist jetzt hier. Ihre großen Träume, die sind ja einmal einen super Hit zu landen oder einmal mit den Kastrutter-Spatzen, den Amigos und Hansi Hintersee auf einer Bühne zu stehen. Brigitte, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du hier bist. Ich weiß, einen Traum, den habe ich jetzt gar nicht gesagt, aber der geht heute schon für dich in Erfüllung. Ja, heute darf ich mit Markus Holffacht auf der Bühne stehen. So bin ich sicher, ja. Du bist ein großer Fan von ihm, glaube ich, gell? Ja, sehr. Aber es geht natürlich heute mal in erster Linie jetzt um dich. Und da möchte ich dich fragen, du hast ja doch eine weite Anreise, ne? Du kommst auch aus der Schweiz, ganz weit oben. Wo bist du denn zu Hause? Also im Berner Oberland jetzt wieder. Berner Oberland, ja. Schöne Gegend, oder? In den Bergen, ja. Ja, praktisch wo andere Urlaub machen, bist du zu Hause. Ja. Und du hast einen schönen Titel, der passt, glaube ich, perfekt. Genau. Wie heißt er denn? Dort, wo die Berge die Ewigkeit spüren. Den wollen wir jetzt hören. Genieße deinen Auftritt. Wir wünschen dir viel Glück. Hier ist Brigitte, unsere Startnummer 3. Siehst du, wie stolz der Adler seine Kreise zieht? Spürst du, wie er seine schöne Heimat liebt? Und genau so geht es mir. Und ich danke Gott dafür. Hier wird mein Herz niemals erfliert. Dort, wo die Berge die Ewigkeit spüren. Doch wo die Berge die Ewigkeit spüren. Ahnst du, wie die Natur durch meine Seele wärmt? Denkst du, manches mag, genau wie ich. Dann komm doch einfach mit. Zieh mit mir in Richtung Glück. Das, wo die Berge die Ewigkeit spüren. Weil ihre Gipfe den Himmel berühren. Da will ich sein, da geht's mir gut. Ihr stolzer Anblick macht mir Mut. Ich schau hinauf und bestaune die Welt. Die Täler umhöh' so runderschön. Hier wird mein Herz niemals erfliert. Doch wo die Berge die Ewigkeit spüren. Doch wo die Berge die Ewigkeit spüren. Weil ihre Gipfe den Himmel berühren. Da will ich sein, da geht's mir gut. Ihr stolzer Anblick macht mir Mut. Ich schau hinauf und bestaune die Welt. Die Täler umhöh'n so runderschön. Hier wird mein Herz niemals erfliert. Doch wo die Berge die Ewigkeit spüren. Das war Brigitte. Brigitte hat ihr Glück ja in den Schweizer Bergen schon gefunden. Aber sie wäre natürlich noch glücklicher, wenn sie jetzt für sie anrufen würden. 01379 79 1111 und die Startziffer 03.